Hallo zu diesem weiteren Video aus der Serie So ähnlich im Abi gesehen. Heute mit einer Aufgabe, die so ähnlich im Abi in Hamburg im Jahr 2017 im hilfsmittelfreien Teil dran kam. Übrigens alle Videos dieser Abi-Serie und einen Arbeitsplatz zum Ausdrucken für diese Aufgabe findest du unter den Links, die ich hier einblende. Worum geht's? Gegeben sind die Funktionen f und g, wobei die Funktion f, wie du erkennen solltest, eine Parabelfunktion ist. Es ist eine quadratische Funktion, in der auch ein Parameter b vorkommt, der jede reelle Zahl sein kann und die Funktion g, die, und das solltest du auch erkennen, eine Geradenfunktion ist. In Aufgabe a sollst du jetzt erläutern, welche Möglichkeiten sich für Schnittpunkte der Graphen von f und g aufgrund ihrer Lage ergeben. Okay, der Funktionsgraf von f ist also eine Parabel, weil es eine quadratische Funktion ist und an dem Koeffizienten, der vor dem x² steht, minus ein Achtel, erkennen wir schon, dass es eine nach unten geöffnete Parabel ist, weil der Koeffizient negativ ist. Und außerdem solltest du erkennen, dass es sich um eine gestauchte Parabel handelt, weil der Betrag von minus ein Achtel ein Achtel ist und das ist eine Zahl zwischen 0 und 1, wodurch der Graph ja gestaucht wird. Das b hier hinten, was ja veränderlich ist, bewirkt, dass diese gestauchte Parabel im Prinzip nach oben und nach unten verschoben werden kann, je nachdem wie man b ändert. Okay, f ist also eine gestauchte, nach unten geöffnete Parabel und die Gerade g hat eine positive Steigung und den y-Achsenabschnitt 10. So, welche möglichen Lagen gibt es denn zwischen Gerade und Parabel? So, das soll jetzt mal unsere Gerade mit einer positiven Steigung sein. Und der rote Graph ist die nach unten geöffnete Parabel, die natürlich in Abhängigkeit von b nach oben und unten verschoben werden kann. Und hier siehst du schon, was passieren kann. Entweder die Gerade verläuft unterhalb des Scheitelpunkts durch beide Schenkel dieser nach unten geöffneten Parabel, dann haben wir zwei Schnittpunkte, nämlich hier und hier. Aber es kann auch sein, wenn wir das hier weiter runterschieben, dass es irgendwo auch nur einen Schnittpunkt gibt. Und wenn wir die Parabel noch weiter nach unten schieben, dann gibt es gar keinen gemeinsamen Schnittpunkt mehr. Es gibt also drei Fälle. Erster Fall, f und g schneiden sich in zwei Punkten, wenn g unterhalb des Scheitelpunktes durch die beiden Schenkel der nach unten geöffneten Parabel verläuft. Und die in zwei Punkten schneidende Gerade nennt man auch eine Sekante. Der nächste Fall ist, dass sich die Graphen von f und g nur in einem Punkt schneiden. Und zwar berühren sie sich hier in einem Punkt. Und wie man hier sieht, ist das auch nicht der Scheitelpunkt, sondern ein anderer Punkt hier an der Seite, in diesem Falle. Und wenn die Gerade g den Graphen der anderen Funktion berührt, dann ist die Gerade eine Tangente an den Graphen unserer Funktion f. Und das wird gleich in der Aufgabe b noch eine Rolle spielen. Und dann gibt es noch den dritten Fall, dass sich die Graphen nicht schneiden. Und zwar, wenn die Gerade komplett oberhalb dieser nach unten geöffneten Parabel verläuft. In dem Fall ist die Gerade eine Passante zu unserer Parabel f. So, damit hätten wir Aufgabenteil a abgehandelt. In Aufgabenteil b sollen wir jetzt diesen Wert des Parameters b so bestimmen, dass sich die Graphen von f und g in einem Punkt berühren. Es gibt hier mehrere Lösungsmöglichkeiten. Man könnte einfach eine quadratische Gleichung lösen. Das habe ich auch mal in einem separaten Video vorgemacht. Den Link blende ich hier oben ein. Aber eigentlich komfortabler geht es, wenn wir die Differenzialrechnung anwenden. Und weil das ja eine Abi-Aufgabe ist, wollen wir das auch so machen. Was wir machen müssen ist, wir müssen formulieren, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sich diese beiden Funktionen in einem Punkt berühren. Und das Berühren kommt durch zwei Sachen zustande. Einmal muss es einen gemeinsamen Punkt geben von f und g. Und Schnittpunkte bestimmt man ja dadurch, dass man die Funktionsgleichungen gleich setzt. Also, dass wir f von x gleich g von x setzen. Das ist die erste Bedingung, die wir gleich untersuchen werden. Und dann müssen f und g im Berührpunkt auch dieselbe Steigung haben. Das ist sozusagen das perfekte Anschmiegen, wodurch diese Berührung in einem Punkt zustande kommt. Und um die Stellen herauszufinden, wo beide Funktionen dieselbe Steigung haben, müssen wir natürlich auch die Steigungsfunktion, also die Ableitung, f' von x gleich der Ableitung g' von x setzen. Jetzt untersuchen wir das mal konkret, das muss ja beides gleichzeitig erfüllt sein. Also, f von x gleich g von x, das heißt, wir setzen hier diesen Funktionsterm gleich diesem Funktionsterm. Also, minus ein Halb x Quadrat plus b gleich 2x plus 10. Und dann die Ableitungen gleich setzen. Die Ableitung von f ist doch minus ein Achtel mal den Exponenten 2. Also, minus ein Achtel mal 2 ist minus ein Viertel. Der Exponent wird 1 runtergesetzt, also steht dann hier minus ein Viertel x. Und b ist ja eine konstante Zahl als Summand, die fällt beim Ableiten weg. Und die Ableitung von 2x plus 10 ist einfach 2, weil 10 fällt beim Ableiten weg und die Ableitung von 2x ist 2. So, jetzt haben wir hier unsere beiden Gleichungen und wir sehen doch, dass wir aus der Gleichung 2, wo b ja weggefallen ist, sofort nach x auflösen können. Wenn wir diese Gleichung mit minus 4 multiplizieren, dann steht doch da x gleich minus 8. Und weil diese Gleichungen an Römisch 1 und Römisch 2 ja gleichzeitig erfüllt sein müssen, können wir doch jetzt dieses aus Gleichung 2 ermittelte x gleich minus 8 für x hier oben in Gleichung 1 einsetzen. Wo dann nur noch b als Unbekannte übrig bleibt. Machen wir das mal. Minus 1 Achtel mal minus 8 in Klammern zum Quadrat plus b gleich 2 mal minus 8 plus 10. So, minus 8 zum Quadrat sind 64 und 64 mal minus 1 Achtel ist doch so, als wenn wir rechnen würden, minus 64 durch 8. Also ist das minus 8, dann plus b gleich minus 16 plus 10. Jetzt können wir nach b auflösen, indem wir diese minus 8 mit Vorzeichenwechsel auf die andere Seite bringen. Also steht ja minus 16 plus 10 plus 8. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt b gleich 2 raus. Und somit können wir als Lösung formulieren. Für b gleich 2 berühren sich die Graphen von f und g in einem Punkt. Damit ist die Aufgabe erledigt. Aber zur Kontrolle habe ich das jetzt mal hier in dem Funktionsplotter nachgestellt. Wenn wir b verändern, hier in unserer Funktion f, dann geht unsere Parabel hoch und runter. Aber für b gleich 2 sehen wir, dass unsere Gerade hier zur Tangente wird. Und wir hätten ja auch gerade beim Lösen der Gleichung römisch 2 nach x gesehen, dass das für x gleich minus 8 der Fall ist. Und, ist zwar nicht verlangt, aber so könnten wir auch die Koordinaten des Berührpunktes ausrechnen. Wir können den Funktionswert von f und g an der Stelle minus 8 berechnen. f von minus 8 ergibt minus 6. Und g von minus 8 müsste auch minus 6 ergeben. Und das ist auch so. Also hat der Berührpunkt die Koordinaten minus 8, minus 6. So, ich hoffe dir hat es geholfen. Falls das so ist, dann gib mir doch gerne ein Like. Abonniere meinen Kanal, empfehle mich weiter. Und wie gesagt, zu diesem Video gibt es ein Arbeitsblatt. Aber wenn du alle Videos suchst, zu denen es bereits Arbeitsblätter gibt, dann gib in die YouTube-Suche HashM13Skript ein. Und in den Videos sind die Arbeitsblätter verlinkt. Oder besuche meine Mathe-Seite mathehoch13.de. Danke fürs Zuschauen. Abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Besuche auch meine Webseite mathehoch13.de und Instagram. Und wenn du kannst, unterstütze meinen Kanal auf patreon.com, damit ich auch in Zukunft Videos produzieren kann. Fragen und Anregungen? Geh mal rein damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und vielleicht sind die Videos im Abspann auch was für dich. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.